Im Fotohandel wird immer wieder empfohlen, ein Filter zum Schutz des Objektivs zu kaufen. Das ist prinzipiell auch richtig. Ein Filter ist jedoch im Gegensatz zur häufigen Aussage eben nicht optisch völlig neutral, sondern kann einen deutlichen Effekt auf die Bildqualität und vor allem den Bildkontrast haben. Zum einen ist ein Filter eine planparallele Glasplatte, die den Strahlengang des Lichts verändert. Zum anderen reflektiert das Glas Licht. Wenn du also Seitenlicht hast, dann wird der Filter nicht nur nach außen reflektieren, sondern auch nach innen. Das sorgt für Reflektion im Objektiv, diese produziert unschöne Lichthöfe und reduziert die Kontraste. Wenn du dir also einen Filter kaufst, dann solltest du nicht sparsam sein und einen Filter mit hoher Vergütung und Qualität kaufen, da diese weniger anfällig für die zuvor geschilderten Reflektionen sind. Als reiner mechanischer Schutz wird von vielen Fotografen die zum Objektiv passende Sonnenblende benutzt. Diese schützt ein Bild nicht nur vor bestimmten Seitendichtssituationen, sondern dient auch als Abstandshalter für das Objektiv. www.biint.es abstandshalter für das Objektiv. Untertitelung des ZDF, 2020